Viele kleine Bäume gehen hier rein. Ich bin mal gespannt, wann er sagt, wir können nicht mehr tragen. Hey, zappel nicht so rum, du bist doch kein Fisch, Mann. Der sogenannte Baumfisch. Hier im Wald, dort ist der Baumfisch zu Hause. Man sieht ihn oft im Gras rumzappeln. Ich kann nichts mehr aufhören. Während er auf der Suche nach Nahrung ist. Hey, Baumverordnung natürlich. Natürlich. Die waren alle im richtigen Winkel zur Erdachse. Auf jeden Fall. Okay, so viel Geld habe ich nicht. Ich lebe doch nur von Holz und Rinde. Sieht man das denn nicht? Hallo, Hasi. Survival! Geht nicht. Hat mir das mit den Baumfische nicht sogar schon bei The Forest mal? Die sind nicht so ziemlich am Anfang da auch immer noch so rumgehüpft? Dann fänden wir einfach den Tesla. Ja genau, holt euch den Ochsen. Wie so eine Sauerei des Brandenburg, das im Endeffekt im Nachhinein noch bewilligt hat. Den hätte ich alles wieder zurückbauen lassen, so wie es vorher war. Den Ochsen. Bist du auch der Meinung, ne? Das hatten wir, glaube ich, so ziemlich die ersten Folgen. Da waren auch Baumfische und am Ende sogar noch Baumwale oder Baumhaie oder sowas. Weil die im großen See waren und nicht nur im Fluss. 31 Jahre. Ein paar brauchen wir noch, ne? Wo sind denn hier noch kleine Bäume? Ich kann den Hasen nicht töten. Da muss Calvin für die Schuft. Ich habe doch F gedrückt, geh doch hoch da, Mann. So, wo haben wir angefangen? So, einmal müssen wir noch los. Hier irgendwo hatten wir noch welche. Kevin ist ein Sozialfall. Amt übernimmt keine Haftung. Doch, bestimmt. Kevin kriegen wir als Behinderten durch. Dann ist der komplett geschützt. Sogar Vorausschmiss. Wer bist denn du? Nur Scarecrow. Ne, ist nicht Scarecrow. Ist eine Eule. Oh, der Curd of Oils ist hier. Ich bin doch Batman. Oils, nicht Oils. Alter, bin ich behämmert. Englisch, nichts so gut bei mir. Mein Englisch ist nicht das Yellow aus dem Eck. 19, 26. Okay, wir haben genug. Kling. So, wende, 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 wende. Fertig. Ich kann wissen, was das für eine Knotentechnik hier ist, ey. Uh-huh. Uh-huh. Wollt ihr eine Seite komplett fertig machen? Alter, ihr werdet ihr irre. Links, rechts, links, rechts, vorne, hinten. Perfekt. Perfekt. Zwölf Stück, vier habe ich noch. Die klatschen wir erst mal rein. Ja, ich will mehr reinklatschen, obwohl ich keine mehr habe. Ey, das ist typisch ich. Ich bin gespannt, ob wir jetzt so gleich noch die Säge und so benutzen können. Na gut, wir haben aber erst 73%. Ein bisschen wird da wohl noch kommen, oder? Ja, ich bin gespannt, ob wir jetzt so benutzen können. Bravo, binde alles mit einem Seil zusammen. Ja, machen wir sowieso immer. Warum kann mir keiner erzählen, dass wir in Deutschland mit Seilen gearbeitet hätten? Schön die Spackschraube durchgejagt. Wo soll er halten? Ja, natürlich, Sicherheitsstandard. Das machen wir. Äh, mal eine andere Frage. Was meint ihr, was wir mit dem Bärenfell noch machen? Teppich? Was wird es werden? Man weiß es ja noch nicht. Wollt nicht. Was war, ich weiß es nicht. Was ist der Fall? Ich bin kein Wollum. Säge mich zu zeigen. Wollum. Was ist das haust? Ich bin kein Wollum. Das ist ja nicht. Ich bin ein Wollum. von Wollum. da war noch so jetzt binden wir das alles wieder zusammen ich mache das haus ist gleich noch fertig marie und dann ist durch müsste ja gleich fertig sein ich denke mal hier kommt gleich noch ein paar latten rauf oder so hört hatte gesagt und dann hat sich das ja bestätigt hallo haben wir es jetzt bald ok da sollen noch welche rein ja lange kann das ja eigentlich nicht mehr dauern hier 82 prozent sagt er bäume dünne wird auch rar langsam ich genug ja macht ja immer klingen wenn ich hier hochkommen man weiß es nicht entschuldigung ich bin allergisch gegen das bauamt wisst ihr weißt du bei den wänden bei den wänden baldbauamt geht schon mal auf konfrontation ja kann sein bei den wänden machen wir hier 50 auf einmal und hier machen wir ein jedes kack ding einzeln so nach dem fällen der bäume entrinde diese mit dem sie messer habe ich denn schon ein zieh messer das ja ich erinnere mich was mache ich mit der rinde nehme ich jetzt auf die rinde wird mein wird mein dach oder was ich fasse es nicht das ist ja auch mal wild ok mit dem zieh messer kann ich euch auch gerne mal also wenn hier jemand vom bauamt kommt kann ich dir mit dem zieh messer auch gerne mal eine ziehen so eine schelle wisst ihr ich kann nicht mehr aufheben ich fasse es nicht kling ja ist ja gut bauamt klar es ist der höchste baustandard hier beschweren sie sich mal mit dem Die Bäume liegen hier sowieso. Ich nutze sie ja nur. Ich nehme nur die Rinde und sie haben ein schönes Bauholz. Die Frau Koslowski ist nämlich gerade im Chat. Leute auf YouTube. Die Frau Koslowski ist vom Waldbauamt und die geht mir schon wieder auf die Nüsse. Ist ja nicht so, dass ich hier das gefallen habe. Ich kam hier an, das lag hier alles. Ihr habt es gesehen. Ich lüge ja nicht. Die Rinde ist von Käfern belastet und darf nicht... Sei doch froh, dass ich die Rinde von den Bäumen genommen habe. So haben sie keine Probleme mehr mit Borkenkäfern jetzt an den Bäumen. Sie müssen das Positive sehen. 87, ne 26, wir brauchen noch 87. Ja, dann verbrennt noch den Scheiß. Ist mir doch egal. Sie können ja mal versuchen, es mir wegzunehmen. Sie und welche Armee? Ich verteidige hier mein... mein Baumhaus wie... John Dutton, seine Yellowstone Ranch. Falls sie nicht wissen, was ich damit meine, gucken sie sich die Serie Yellowstone an und wissen sie Bescheid, was sie erwartet. Du kannst nicht mehr tragen. Okay. Oh nein, sie kommt mit Apo Red. Das ist übel. Der hat ja immer keine Ahnung von nichts, aber will ja einmal zählen. Das ist ja auch immer nicht so schön. Oh, wir haben genau einen zu viel. Das ist doch schön. Hallo. Hallo. Perfekt. So, da kommt noch mehr. Viel kann es ja nicht mehr sein. Wir haben fast die 90%. Impressiv. 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 So, natürlich muss man das auch noch zusammenbinden hier, sonst fliegt man ja auf die Fresse. Impressiv. Viermal Stöcke, aber das sind normale, oder sind das die... Ich bin nicht verwirrt. Laut Bild ist es nicht das, was ich jetzt hier hole, oder? Nee. Die cool ist ja beim Schrafen, ichに einen Juni verändert. Wahnsinn, Wahnsinn. Enge Matte, ganz klar. Du brauchst geschnittenes Bärenfell. Ich habe geschnittenes Bärenfell. Ach, das wird unsere Fenster. Das Bärenfell werden die Fenster lösen. Konstruktion beendet. So. So, also. Wir drehen das alles auf links und dann muss ein paar Pax geschickt werden. Dann müsste man an eine richtige Stelle kommen, wenn viele Monate es dann geht. Das stimmt. So, das Baumhaus war jetzt gar nicht so spektakulär, fand ich. Also ja, so ein Ding im Garten zu haben und hier drinnen und mal so ein kleines Nickerchen machen und so. Schon geil, das stimmt. Aber wie gesagt, sonst jetzt gar nicht so krass, oder? Naja, egal. Wir haben es. Wir haben auch das Baumhaus. Bis zum nächsten Mal.